Gunter Gabriel hat es schwer in diesem Jahr. Im März wäre sein geliebtes Hausboot um ein Haar gesunken. Im Juni wurde er wegen Beamtenbeleidigung zu einer hohen Geldstrafe verurteilt und fast pleite ist er auch noch. Umso schöner jetzt die Überraschung, als ihn Tochter Lisa Marie zu einem Konzert in Düsseldorf besuchte. Und seine Schwestern waren auch noch mit dabei und mit denen haben wir bei der Gelegenheit gleich gesprochen. Gunter Gabriel auf der Bühne. In der Kneipe seiner Halbschwester schmettert er seinen neuen Deutschlandsong. Eigentlich scheint daran nichts ungewöhnlich, doch dann wird das ruppige Raubein auf einmal sentimental. Ich danke auch meiner Schwestern, meiner Schwestern Marian, dass ich ihn habe. Denn das ist das Wichtigste, das gibt ein gutes Gefühl für die Familie. Denn der Frieden dieser Welt kriegt immer in der Familie an und nicht irgendwo anders in Indien oder so seine Männer. In der Familie. Gunter Gabriel, ein Familienmensch? Er scheint sie wirklich zu haben, eine sensible Seite. Schon vor dem Auftritt gab es ein herzliches Wiedersehen mit seinen Halbschwestern Anna und Marion, genannt Marille. Beide erinnern sich an eine gemeinsame Jugend. Die ersten zehn Jahre sind für mich eigentlich eine sehr schöne vom Gefühl. Man hat ja nicht so viel Erinnerung. Ich erinnere mich aber ganz, ganz deutlich daran, dass mein Bruder immer Sänger werden wollte. In München haben wir den mal getroffen, da hat er uns den durch die Nachtclub geschleppt. Stimmt. Das hatte ich ganz vergessen. Das war sehr aufregend. Da war ich ja eigentlich noch viel zu jung für, aber es ist eine bleibende Erinnerung. Nur zur Erinnerung, die Rede ist von Gunter Gabriel, dem Rüpelbaden. Es ist noch nicht lange her, als ihm bei einem provokanten Auftritt diese verbale Entgleisung passierte. Ihr habt ja so viel Zeit, sonst wärt ihr nicht am Nachmittag schon hier. Nur weil ihr eine Uniform habt, bist du auch nichts Besseres. Halt die Klappe da vorne, ja. Sonst komm ich hinter die Bühne so. Kein Einzelfall. Sogar im Krankenhaus ließ der Country-Sänger Gutes Benehmen vermissen. Verbotenerweise konnte er sich das Rauchen selbst im Bett nicht verkneifen. Auch hier noch keine Spur von der sensiblen Seite des Musikers. Und dann ist da immer wieder diese ganz bestimmte Geste. Der böse, böse Fingerzeig. Doch all das scheint hier auf einmal verschwunden. Im Kreise der geliebten Familie lässt sich scheinbar auch ein Gunter Gabriel zähmen. Aber die größte Liebe ist, glaube ich, die Liebe zu seinen Kindern. Ich freue mich, dass heute meine Tochter da ist, dass extra aus Rom noch nicht hergekommen ist. Zum Abschluss noch ein zärtliches Küsschen für Tochter Lisa Marie. Und wir stellen fest, er hat ihn, den weichen Kern. Mal sehen, wie lange noch.